Planet Nomads Wir sind beim Biogenerator Da sind wir glaube ich ein bisschen falsch Dann müssen wir In die Essensmaschine gucken Dann gucken wir da rein Dann packen wir das mal da rein Und Dann brauchen wir Kohle auf jeden Fall Und da können wir Auf jeden Fall was zu essen machen Da schicken wir erstmal ein paar los Das läuft Dann können wir noch Ein Essen da Wenn er fertig ist Ja, einen kleinen Moment dauert es noch So, da haben wir den ersten So, den haben wir schon gegessen 27, da können wir noch ein Essen Warten wir noch gerade Und dann holen wir Dreckiges Wasser Damit wir auch Wasser noch machen können Das fehlt uns ja noch Die Kohle müssen wir Na dann irgendwie besorgen Dann Gehen wir da mal runter Wieso hänge ich fest? Okay, geht Falsche Taste Und E drücken Und dann nehmen wir Wasser Brauchen wir noch mehr Wasser 15 15 20 Sollten wohl reichen Ja Gehen wir wieder da hoch Packen das da rein Hauen wir wieder auf Stecken wir da rein Und gut Ist erstmal So, sonst ist nichts drin Dann Brauchen wir Kohle Gehen wir raus Und Gehen wir zum 3D Drucker Und Da haben wir Dreimal Kohle Wir brauchen Diesen Na sag schon Diesen Diesen Chamber Diesen Diesen Zimmer Dieses Wie heißt das Ding denn jetzt hier? Kompakter Krankenstation Da hätte ich Drucker mit bei Ach ne Das ist das aber nicht Ne Das ist was falsch Ist ne Das ist so ein 3D Drucker Da Da ist er Guck Das brauchen wir Das High End Bett Okay Dann Müssen wir das bauen Da brauchen wir Vier Rahmen Drei Panzerungen Zwei Elektroteile Und Einmal Mechanische Teile Das brauchen wir dafür Ja Das ist nicht Schlecht ne Ja Die Federn da Die haben wir glaube Oder Vier Drei Zwei Eins Ich kann mir das merken Jetzt gehen wir mal In die Kiste Gucken Also hier haben wir Nix im Inventar Und in der Kiste Die ist da Da gucken wir mal rein Ja Bis auf die Mechanischen Teile Haben wir sonst Nix Das sind Zwei Elektroteile Aber das sind nicht Die richtigen Gut Dann wissen wir das Das ist das Ja Müssen wir hier rein Aber da brauchen wir Erstmal Strom Da können wir nichts gucken So dass wir gerade gucken Hier brauchen wir zwei und eins Für den Grundrahmen Und jetzt müssen wir Ja da können wir das jetzt nicht sehen Oder Dann gucken wir mal Das war da Den Strom dort wegnehmen Nehmen wir erstmal das Essen raus Essen wir auch Können wir noch einen nehmen Kurz warten Ja und dann essen wir noch einen Und dann trinken wir noch einen Das läuft Müssen wir jetzt den Strom abmachen Da Ne ich glaube wir müssen das da los machen Oder Da Achso ne Das ist Das ist glaube falsch Nochmal die Seite Und da ausschalten So jetzt passt's So jetzt müssen wir dann da rüber Und Den einstellen C Und dann da mit dem Ne das funktioniert so rum auch wieder Nicht das heißt wir müssen das von da Nach da machen So jetzt passt's Gott jetzt Guck mal da brauchen wir weniger Eisen Also es ist sinnig den großen Drucker zu benutzen Also wir brauchen vier Stück davon Noch einen Da braucht man drei davon Ja Da brauchen wir auch Kohle Super ne Dann brauchen wir mal Kohle Und da geht grad auf Zwei elektrische Part von denen Na Wieder Kohle Was sonst Ja und die Mechanischen Teile Die haben wir ne Diese Gut wir brauchen Einmal Kohle Brauchen wir zwei Kohle Dann brauchen wir für die Dingensplatten auch jeweils eine Da sind dann fünf Und die Brauchen wir auch ein Sind neun Ja Brauchen wir neun Kohle Ja jetzt müssen wir die irgendwo kriegen Ne Aber wo Das ist ja hier so schlecht mit der Kohle Ist hier unter Wasser noch was Da steht nur unser Auto Ja und wo was Nein Nicht wirklich Erstmal raus Erstmal Schaden genommen Glaub Oder Gut dann gehen wir mal ein bisschen hier rüber und gucken was da ist Ich bin sie glaube noch nie nach links gegangen oder Mach das mal hier weg das Gestrüpp So Gut Was ist das ein Tier oder Ja ich glaube das bewegt sich ne Ja ist ein Tier ne Ja es bewegt sich Keine Ahnung was ist Das sieht doch nicht so aus dass es uns angreift Also harmlos Gut Oh da ist er Aber das hätte uns schon angegriffen aus der Entfernung ne So da ist ein großer Stein Gucken wir mal ob wir da Kohle rauskriegen Kommt der nach Nö Sieht gut aus oder Ja dann machen wir Bio Wasser weg Und dann geht es los mit dem hier Was ist das Eisen kam da raus Aber die falschen Klamotten ne Und Batterie ist wieder leer Das übliche Spiel Hm Okay Aber kommen keine Rohstoffe raus ne Das ist doof So Jetzt ist es gleich weg Und wir haben nichts gekriegt Doch da ist einmal Kohle Oh doch so viel Gucken wir mal hier nochmal Oh da unten ist noch was Gucken wir mal was das ist Erstmal Luft holen Okay Und dann gehen wir runter Aber das war die falsche Taste In den Club hoch geflogen Geht auch so Okay Kommt aber nichts raus Lass uns mal drücken Ah Steuerung Dann kommen wir da auch hin So Kommt nix raus Immer noch nix Kommt nix raus Jetzt werden wir müde Und einmal haben wir noch Und einmal haben wir noch Und das war's Und was ist das Keine Ahnung Erstmal Luft holen Und das läuft wieder Ja Einmal nochmal runter Und was ist das da unten Silber und Aluminium Was war schon zu tausenden Sachen Gut Das heißt Da mal hin Da ist auch noch was Gucken wir mal das an Was das ist Sieht auch nach Eisen aus Und Kohle Auf jeden Fall sah es vorhin so aus Nix Scheiß Batterie leer Nix Aufladen Weiter geht's Passiert aber auch nix Und nix kommt da raus Blöd ne Irgendwie wäre es schön Wenn man mal irgendwo Kohle erhält Die man so oft braucht Da ist noch was vor uns Muss man auch noch abbauen So jetzt geht's Glaubt ne Ja ist weg Schicke Blume weg Biomasse Die gibt's Das da Was ist das Ist da ein Stein Nehmen wir nicht mit Wird nur Ärger geben Wahrscheinlich Dann kommen die Viecher Auf uns sogar Der da zum Beispiel Komisches Viech Irgendwie was essen Naja Ich weiß nicht Dass los lieber stehen Da fällt wieder was um Gut dass wir es nicht Abgekriegt haben Ich glaube wir gehen mal wieder Zurück zum Lager Und essen da erstmal was Gehen wir hier mal hoch gerade Was hier auf dem Berg rücken Oh da ist das Vieh Aber Ich glaube das ist harmlos Gut dann Gucken wir hier mal Hier noch was abernten Auch weg Und dann nochmal so ein Pin Weg Pflanze Weg Irgendwo einer Ne 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 Können wir hier was kriegen Aluminium Was sonst Überall ist das Zeug Was wir nicht brauchen Und das Silber ist auch überall Brauchen wir aber nicht Eisen gibt es hier allerdings gerade Wo Eisen ist Ist Kohle Nicht fern eigentlich Und bei mir ist dann die Batterie Noch leer Silizium Okay Aber So richtig Kriegen Tun wir da jetzt nichts Ne Mal einmal so eine Kohle Flöts Und Kohleflöts haben So richtig ordentlich viel Gut Wieder die Batterie leer So haben wir es hier Oh Das tut uns aber nichts Oder die Da unten ist ein Stein Den sollen wir vielleicht mal gucken Vielleicht ist das das Richtige Weiß ich aber nicht Sieht nicht so aus Ne Bauen wir mal ab Silber und Aluminium Das war schon tausendfach haben Ja schlimm Gut Ja was läuft hier falsch Ist das Früchte Früchte und Samen Super Gucken wir weiter Vielleicht gibt es auf der Insel Da vorne Irgendwo Kohle Gehen wir mal rüber Wasser kann man sammeln Ja Mal schweben drauf So Und jetzt Gucken wir mal Sieht alles gleich aus Bauen wir diesen dicken Hügel mal ab Und was ist da drunter Aluminium und Silber Toll Immer mehr Immer mehr Kobalt auch noch Brauchen wir auch nicht Eisen Ich glaube da brauchen wir noch gar nicht weiter gucken Was ist das da War der da schon immer dieser Stein Oder ist er jetzt neu Komisch Eisenerz sieht ganz klar danach aus Ja gerade haben wir an dem Wasser wieder Schaden genommen Oder wie sieht das aus Wasser war auch so hart Dass man sich daran verletzt Gut Jetzt müssen wir mal gucken Dass wir da Was von abkriegen Kohle Respekt Einer ist rausgekommen Aber der Rest funktioniert wieder nicht Ne Batterie wieder leer Oh jetzt ist das schon weg Oder Da ist noch was Okay Ein Stück vor Und Auch weg Da ist auch noch was Da Gar nichts drin Auch nichts Wir wollen Kohle Mann Kleiner Mann weg Einer ist noch So jetzt ist er weg Ja war vollkommen umsonst Gehen wir wieder zurück Gucken wir mal mit dem Wasser raus Jetzt haben wir nur noch 15 Punkte mit dem Essen Das ist schon rot das Signal Da müssen wir gucken Dass wir was zu essen kriegen Also Geht ne Biomasse da Müll sich auch nicht Erbauen lassen Kriegen wir eher noch was Wichtiges raus Sieht ein bisschen anders Von der Struktur aus Ne Verdammt Wieder leer Ja Das könnte die Struktur Für Kohle sein Oder Nicht Ist das Wasser Sieht so aus Ne Und Aluminium Kobalt Alles klar Brauchen wir Können wir weiter gehen Roten Wasser haben wir gefunden Ne Ja Können wir hier die Pflanze noch wegnehmen Geht die auch weg Irgendwie will er nicht Da Ja Hier waren wir auch schon Ne Oder Silber Aluminium Ne Und nicht Gehen wir hier hoch Da sind es welche Und da sind auch welche Ich glaube das Umkreisen wir mal ein bisschen Oder Oh die kommen schon Super Okay Dann müssen wir weg Gehen Dann beißen die uns Lass uns ins Wasser gehen Dann sind sie weg Oh da sind sie noch Okay Gelandet Einmal hier rüber Sind sie weg Ja sieht so aus Dass sie weg sind Gut Hier ist noch ein Loch von uns Silber Oh Kohle Jetzt haben wir es aber auch da Wir brauchen unbedingt ein besseres Werkzeug Damit wir besser abbauen können Das ist ja voll nervig mit dem Ding Die Frage ob wir da diesen Schlafraum weiter bauen sollen Oder eben besser eine Waffe nehmen Ja nochmal Kohle eben Da war Immer ist die Batterie jetzt leer Geht auch nicht Jetzt wieder leer Kommt schon Gut Lass uns rüber gehen Und Fast sind wir es wieder geschafft Gut Jetzt brauchen wir es zu essen auf jeden Fall Gucken wir da rein Da war doch noch was Oder Ja Dann nehmen wir das Abwarten bis der zweite fertig ist Können wir schon was umlagern Die Kohle Ne die Kohle muss hier gar nicht hin oder Achso Wasser wollen wir machen Doch dann brauchen wir das oder Brauchen wir das Ne lass mal Wasser Oder Teilen kann man es auch nicht Okay Nehmen wir es wieder mit Nehmen hier noch den zweiten Und dann gehen wir da erstmal raus Und Dann müssen wir hier reingucken In den 3D Drucker Den Rahmen können wir machen Na Das war falsch Wo ist das Werkzeug Keine Ahnung Ja Müssen wir woanders suchen Die Klamotten rüber Und jetzt läuft es Und wir haben auch noch die Früchte Okay Und Samen sind da auch Dann Packen wir das rüber Das ist da rüber So Den Rahmen wieder zurück Hier noch das Solch Keine Ahnung was ist Das brauchen wir da Auch noch rüber Und was noch Das ist alles Vier Slots Haben wir da noch frei Er geht also Und wir brauchen mehr Kohle Ne Aber Ich denke Soll erstmal reichen Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Und würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal Auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss Bis dann